Wir haben einen Schlüssel aufgesteckt. Im Kaffee. Der Stahlberg ist verfügbar. Sieht ultra-dubbar. Die letzten Momente auf dem Schiff, ne? Die fahren nicht mehr morgen, ne? Dann machen wir noch mal die Klosse von hier und von mir, weil wir sie verkackt haben. Wie sagt man das schon? Steht da rein, steht da rein. Die Klosse von hier und dann, um, ich bringe sie da. Ja, send mir eine Bilder, perfekt. Dann sehen wir dich da. Ja, ich will. Wow. Ja, 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 perfekt. Okay, see you later. Bye. Danke schön. Warte, wo ist denn das? Da. Ah, doch, da sieht man es. Durch die Bäume. Bin ich jetzt gar nicht sicher. Also ich meine, wenn man mehr hat, braucht man dann kein viel, ne? Wenn man zu faul ist zum Laufen, nein? Die Zeit ist ziemlich steil. Ja. Aber dann kann man auch nicht steil werden, irgendwie. Wenn man Kinder hat, dann will man nicht die ganze Zeit. Ich habe gerade eine Frau gesehen, die hat ihren Kinderwagen mit 90 Grad Steigung hochgeschoben. Ja, das willst du nicht oft machen. Nee. Und dann die ganzen Spielsachen auch, ne? Und dann musst du dir auch, weißt du, kannst auch im Meer manchmal gefährliche Sachen, ne? Du wirst nicht immer... Du willst hier keine Kinder haben, die unter, ja, gar keine Kinder sind. Ja, halt, du musst halt immer bei denen sein, ne? Ja. Du kannst dann mehr, du kannst rausgezogen werden. Ja. Du kannst auf Säge treten. Ja. Wie wir vor ein paar Tagen, nicht auf dem Boden. Du kannst einen Sonnenbrand, Sonnenstich, Sonnencreme verschlucken. Ja. Als Kind. Wenn man das Geld hat, nimmt man einen Pool. Ja. Wie hast du ein bisschen Sekt? Ich muss nur Felix mal hochkommen. So jetzt, jetzt kann ich's benutzen. Das wäre das absolute Worst Case in all, dass wir am 29. noch was drehen müssen, volle Anfahrten. Diesen toten Blick. Nicht blind sind. Ja. Ja. Und als du langsam öffnest deine Augen, tritt die Welt und alles in dir mit einem neuen, wunderschönen Brot. Oh, fuck that. Ja. Ich finde, ich bin zwei, die Stunden. Ich bin zwei, die Stunden, die Stunden mit einem und ich bin ein kur inside. Wie viel ungefähr? Wir hat uns gerade ganz schnell zusammen, weil wir fast raus gerufen wurden. Das war jetzt eine sehr stassiere Situation, aber der Tillmann, wie immer, auf alles vorbereitet. Yeah, chill, boy. Ich muss jetzt einmal mein fertiges Handy ausmachen. Das ist geil, dass, sobald ich deinen Blick sehe, mittlerweile kapiere, ob du drehst oder du. So was echt verschwitztes, doppelmütiges, wo ich denke, aha, er drehfuhl gerade wieder. Du meinst im Ersten, dass mir das jetzt nicht auffällt, ne? Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass du ein wirkliches Spider-App hast, wenn du jetzt in der Kneipe da ungeröscht. Versteht ihr, liebe Zuschauer, wir haben an alles gedacht. Wir haben an alles gedacht. Wir haben hier eine Armee von Statisten, die alle Autos sahen. Aber dass die Frau winkt, also ich weiß nicht, ob man das wirklich sehen wird, aber wenn man das sieht, das ist natürlich unglaublich. Wenn man das passiert, dann kommt man, ich sage, hä, haben die das alles inszeniert oder was? Und jetzt fährt ihr noch einmal drüber. Ihr seid auf dem Ammo-Wage. Sieht sehr cool aus. Sieht sehr cool aus. Geil. Bitte. Geil. Wow! fix your walk 645 right 5 6 5 5 5 5 5 Felix, Felix, Felix. Ja, perfekt. Ich fühle mich echt irgendwie überwacht. Aber dann guckt doch schon mal alle, ob ihr alle eure Sachen habt. Aber es ist doof. Es macht nur Stress, alle. Oh, du Arsch. Es filmt mich die ganze Zeit. Sag mal Hallo, Emder. Der muss nicht alles angucken. Hallo, was? Emder. Emder? Emder, ja. Ja, hallo Emder. Der wollte hier wieder filmen in die Welt. Die Frau. Viel Spaß bei den Stinsen. Ich hab's nicht gemacht, weil ich eigentlich einmal kurz am München drehe. Guten Abend, Une. Dankeschön. Doe!" Something deep down in my soul said, cry boy, when I saw you and that man walking fast, I love you so much, yeah, but I just want to go and leave me, baby. I want to take skidders, I want to fight on you, but the glass that I had to my lips, no baby, baby. Sweet dreams are made of these, who am I to disagree? I travel the world and the seven seas, everybody's looking for something, some of them want to use you, some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you, some of them want to be abused. I love you! Essen ist da! Wuhu! Güros! Perfekt! Hello! 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 Was für Kälber so schön? So, Essen ist da! Hello, hello! So, also, echt, oder? Ich glaube nicht besser. Time? Nee. Schon können Sie noch mal bitte aufkommen. Achso! Herzlichen Glückwunsch! Yay! Hey! Ich hab' mir gedacht, dass die da bist. Ja! Ich hab' mir gedacht, dass die da bist! Ich hab' mir gedacht, dass die da bist und ich sag' ich sollen ja auch mal wieder nachmachen. Ich hab' mir gedacht, dass das Wasser nicht aufgeführt wird. So ein kleines Skript haben wir im Kopf, was wir hier machen. Einige von uns hier kennen sie wohl aus. Wir sollen mal spielen bleiben. Hier kommt es. 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 Hier kommt es.